Herzlich willkommen bei Hogwarts Legacy. Wir machen heute weiter mit einer weiteren Mission, weil ich nicht warten kann, möchte, darf, wie auch immer ihr wisst, was ich meine. Wir machen heute weiter mit der Mission. Ah, warte mal, wie hieß sie? Ja, wie gesagt, die Mutter. Wir sollen uns mit Nati vor dem wahrsagen Klassenraum treffen. Ja, warum mache ich jetzt eine andere Mission? Ganz einfach, weil ich keine Lust habe, auf 25 Minuten abzuwarten, oder halt zusammen, ich weiß nicht, wie viele Missionen wir warten müssen. Eine Minute nach Abwärts ein bisschen, ich habe 18 oder so, vielleicht. Ja, vielleicht können wir sogar danach noch die Mission machen. Weil wir, ja, schließlich... Testrate am Züchten sind, genau so ist es. Ja, das war jetzt, um die Gedanke kurz zu Ende zu führen. Das ist doch ein etwas weiterer Weg, als ich dachte. Oh, warte mal. Hier. Das ist eine weitere Anseite. Portet von Sir Kilken. Der Kedogenheizer. Entschuldigung. Ist natürlich auch bekannt aus den Harry-Potter-Filmen, unter anderem Band 3, wo Sea with Black ja in den Gemeinschaftsraum eingebrochen ist. Da war er ja mit dabei. Warum ist der nicht hier hochgegangen? Warum, 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 warum? So, wie sonst wird Nati treffen? Der Weg ist jetzt nie gerade kurz gewesen. Das ist so frustrierend. War das jetzt frustrierend? Du wolltest mit mir sprechen, Mutter? Ich hatte gehofft, allein mit dir zu sprechen, Natai. In der Nachricht hast du erwähnt, dass ein ungewöhnliches Wesen im Wald nahe Hogsmeade dir Sorgen macht. Das hätte alles sein können. Du weißt, was es war, Natai. Ich darf das Schloss verlassen. Ich bin auch immer vorsichtig, Mutter. Vorsichtig? Officer Singer ist anderer Meinung. Sie schickte mir eine Eule, dass du versuchst, irgendwelche Beweise gegen schwarze Magier zu sammeln. Sie hat mich getadelt, weil ich nicht besser auf dich Acht gebe und sie hat Recht. Ich will, dass du Hogsmeade bis auf weiteres fernbleibst. Aber Mutter! Meine kleine Gazelle, du hast gute Absichten, aber du darfst dich nicht mit gefährlichen Leuten anlegen. Wenn jemand sich in Matabeleland eingemischt hätte, wäre Vater noch bei uns. Ich muss zum Unterricht. Vielleicht kann dein Freund dich ja zur Vernunft bringen. Das ist so frustrierend. Sie hört mir einfach nie zu. Sie hat dich kleine Gazelle genannt. Ist das ein Kosename in eurer Heimat? Der gilt nur für mich. Ich bin das ungewöhnliche Wesen in Hogsmeade, von dem sie sprach. Selbstverwandlung wird in Hogwarts nicht gelehrt. Deshalb schrecke ich etwas davor zurück, sie zu praktizieren. Aber ich bin eine Animaga. Und in meiner Gazellengestalt konnte ich bisher immer frei das Hochland durchwandern. Sehr zum Ärger meiner Mutter. So konnte ich Rookwood und Harlow ausspionieren. Bist du ein Animagus geworden? Bist du als Animagus geboren oder hast du es erlernt? Animagi werden nicht geboren. Der Prozess ist kompliziert. Man muss ein Alraunenblatt einen Monat lang im Mund herumtragen. Dann legt man das Blatt in eine Kristallfiole, um es dem Mondlicht auszusetzen. Danach fügt man eines seiner Haare bei. Und das ist erst der Anfang. Selbstverwandlung ist in Ouagadou unter Schülern alltäglich. Aber Professor Weasley findet sie zu gefährlich, um sie in Hogwarts zu lehren. Das kennt man zum Beispiel aus den Ergebetter Filmen nicht. Willst du denn eine Animagus-Fung? Willst du auswählen, welche Gestalt ein Animagus annimmt? Nein. Die Animagus-Gestalt eines Menschen hängt von seiner Persönlichkeit ab. Meine Mutter meint, dass ich mich in eine Gazelle verwandle, weil ich so anpassungsfähig bin. Ich glaube, es liegt daran, dass ich Gefahr wittern und die Nerven behalten kann. So. Wie fühlt es sich eigentlich an? Wie fühlt es sich an, sich in ein Tier zu verwandeln? Na ja, am Anfang war es ziemlich anstrengend. Ich verspürte stechende Schmerzen und das starke Pochen zweier Herzen. Aber von Mal zu Mal wird es leichter. Ich verspüre keine Schmerzen mehr und finde den zweifachen Herzschlag sogar ganz angenehm. Und ich betrachte die Welt gerne aus einer anderen Perspektive. Wow, das ist unglaublich. Das ist der Spitzname Sinn. Was für eine außergewöhnliche Fähigkeit. Und ob. Ich liebe das Verwandeln. Aber Mutter ist davon nicht so begeistert. Sie findet kein Wesen, vor allem kein so seltenes wie eine Gazelle, sollte in einer Gegend herumstreuen, in der so viel gewildert wird. Sie sagt, sie habe ein Unglück vorhergesehen, das mir in Gazellengestalt widerfährt. Aber sie nutzt ihr inneres Auge zu oft, um mich zu kontrollieren. Ich glaube ihr nicht mehr. So. Wir machen Fortschritte. Wir können nicht aufhören. Stimmt. Ich habe nie ans Aufhören gedacht. Einen Augenblick. Du hättest fliehen können, als du erfahren hast, dass Rookwood, Harlow und Renrock hinter dir herritten. Aber das bist du nicht. Und ich werde auch nicht fliehen. Ich muss Rookwood und Harlow erledigen. Ich verstecke mich nicht. Meine Mutter kann nicht immer wissen, wo ich bin. Danke, dass du bei diesem eher unangenehmen Gespräch dabei warst. So, und nun? Geht das jetzt irgendwann mal weiter? Oder wie sieht das aus? Aufträge? So, warte mal. Sind wir jetzt fertig, oder was? Und schon fliegt mal das Talent. Ein verführbarer Talentpunkt. So, und dann nehmen wir den hier. Das war mir jetzt nicht, dass wir jetzt ernsthaft da jetzt nur ein bisschen gequasselt haben. Hm. Aber jetzt bitte nicht, dass das jetzt echt alles war. Ja, es wurde so, dass es braucht leider noch ein bisschen. Dann müssen wir das hier noch machen. Wir poppy quasseln. Eigentlich möchte ich gerne die Hauptmission danach machen, wenn wir dann fertig sind mit den, äh, mit den Testralen. Das war nur ein bisschen gequasselt jetzt, oder was? Wir müssen jetzt noch ein bisschen gequasselt. Kommen wir zur Seite. weitere seite hier die glückende drei schwestern haben wir noch vier brauchen wir noch vier ich möchte ja offen Riff, sie hat ein besonderes Gag. Er hat ganz gern drauf, Herr Schobleck. Riff, sie hat ein besonderes Gag. Hier ist schon wieder eine geheime Tür. Die machen wir doch, komm. Aua. So, das geht ja von 0 bis 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, genau. Warte mal. Spinne. Ach hier, 8. 8 und 12, 20, 0, 1, 2. Also dieses komische... So, warte mal. Dieses komische Symbol geht auf den... Einfach, warte mal. Das Ding. So, das zweite ist... Einhorn plus Krake. Einhorn ist die 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das sind 8. Also nochmal einhorn, oder nicht? Auf der 2. Wo ist denn der erste Ding? Hier. Rettet ihr euch, müssen wir das jetzt richtig sein. Und wir nehmen uns eine weitere Seite mit. Gorgonen-Porträt. Ja, Gorgonen. Und hier hinter ist nur einer. Oder? Bistin oben wieder, oder? Da ist sie. So, wir zählen jetzt noch... Zwei. Der kaputte Besen. Da ist immer noch eine. Da ist sie. Da ist sie. Reine. Brandflecken. Ah. Schwierig. In etwa 25, da hätten wir uns alle, oder? Finde ich richtig? Was ist denn diese Handbruchseite? So, Handbruchseite. Die Holzkönze! Haben wir dann alle einen Hux-2-Auquartz, oder was? Oh, nein, bei weitem nicht, 46 haben wir gerade mal von 150. Aber wir haben noch eine Herausforderung abgeschossen. 50 müssen wir noch haben. Hier brauchen wir noch 24 in Hux-Meet. Und dann müssen wir ins Hochland. Aber ich wünsche mich, dass wir alle... Das sind nur die Herausforderung, ne? So. Na gut. Also den Hux-2-Auquartz fehlen noch. Oh, genug. So. Meine Mutter hat ein Häuler geschenkt. Gut. Das war jetzt eigentlich, wenn du weniger, nur ein bisschen der Gedanke dahinter. Nach der nächsten Mission machen wir dann Papi weiter. Und dann dürften wir hoffentlich... Und dann hoffe ich mal, dass wir vielleicht dann die Testrate schon fertig haben. Naja, bis dahin und auf Wiedersehen bei Let's Play. Okay. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.